Jetzt bin ich dann schon abgerufen, na, gell? Jo! Das war aber jetzt... So! Bei uns daheim... Okay, noch mal. Jetzt? Bei uns daheim schon? Bei uns daheim, ja. Schon wieder? Das ist ein schöner Saitentissen, oder? Da kann man alles erinnern. Dann werden wir mal andere Saiten aufziehen. Ah, das war eh zu schön. So, jetzt haben wir das. Können wir das mal umspülen wollen? Nein. Warte, aber ich glaube, die Aufhauber mit dem Drehgott nicht gerade passt. Ja, nein. Du hast schon so komisch geschaut. Brauchst nicht. Brauchst nicht. Die erste Kamera rennt. Was man tun wollen. Unterschrieben haben jetzt alle. Baby, du müsstest einen angstaufen. Aber die auch... Aber ruhig. Jetzt weiß ich, wie es der Barbara Karolich geht. Bitte sagt, dass du es drauf... Kann man das bitte noch einmal extra aufnehmen? Ich habe bis jetzt noch nicht auf Stopp gedruckt. Bitte schickt. Mit der Prostatei irgendwie. Ja, reden wir dir. Verdammte Kui. Soll ich die Zigaretten vielleicht weg tun? Nein, das ist privat. Ach so, okay. Jetzt. Was ist schlecht? Das fühlt sich ja jetzt ab. Troste finden von meinen Dicken heute nach der Besor. Hey, da tut es nicht so schwierig. Was ist drauf? Jetzt schon. Besser hätten wir es nicht sagen können. Auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt gebracht. Sag mal, ich bin der einzig Nüchtern. Drei da oben. Schau auf die. Das sind betrunkene junge Menschen. Ich? Wir haben nichts mehr an dem Gegensatz. Und da läuft ja gar nichts anderes über. Wir fühlen uns wirklich schrecklich. Wir trinken natürlich nur was Wassergesern. Morgen ist Sonntag. Wir gehen natürlich in die Kirche. Zwei Mal. Einmal Frosten und einmal gar nichts. Ist es noch nicht? Oder ist es morgen Sonntag? Ich weiß es ja gar nicht. Das weiß keiner. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass wir da sind. Das heißt, ich habe einen Jahreskarten im Beigstuhl. Die zahlt für die Wiener Linie. Ich weiß ja nicht, was ich falsch mache. Bist du ein Trautler? Wenigstens hast du keinen Jahreskarten für den Friseur. Ich nicht, nein. So schlau war ich. Darf ich meine Mama grüßen? Nicht? Oh ja. Oh ja. Hallo Mama. Mein Beinleid. Ich würde jetzt auf die Toilette gehen. Wenn du willst, kannst du mitgehen. Siehst du eh nichts. Gehen wir. Du brauchst eh kein Panoramafilter. Du brauchst eh einen Zoom. Hast du ein Weitweg geöffnet? Das brauchst du nicht mehr. Makro könnte ich umschalten. Ja, das brauchst du jetzt. Das restaurieren wir da rein. Das ist kein Problem. Das mach ich immer so. Soll ich jetzt mitfahren? Von einem Schmolz. Welches machen du? Wie die sind bis jetzt so. War das schon was Leuten? Oh wie war das so? Na gut. Nach dem Schmolz ein, der andere Strauss. Bremi 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 Bremi. Um Sprech zu sein und ein Tod. Ein Schmolz, der weiß noch nicht mehr, Die Hunde. Können schon mal für den Christi. Das ist das für dich. Deine Gerichte. Die Natur kommt wohl nicht alles wie gemerkt, das ist. Und an meinem Vorschlag könnt ihr es singen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR